Festivals sind etwas vom Geilst auf der Welt. Aber seien wir ehrlich, gewisse Sachen sind in der Vorstellung besser. Wie in der Realität. Zum Beispiel Zelten. Zelten ist doch schon noch etwas Romantisches. Und dann pennst du voll im Schrägen. Im Hang. Und mega viele geile Bands kommen und man kann so viele Konzerte schauen. Hey, willst du heute das Bilderbuch? Das war gestern. Und was gibt es Besseres als ein Wochenende mit den besten Kollegen? Zack und weg. Schon verloren. Und ich freue mich auch darauf, wieder einmal ein Wochenende die Natur zu spüren. Ich meine, andere Reisen für das als Tote Meer. Und an den Konzerten und den Opern haben wir endlich mal so richtig viel Platz. Ich habe dir nichts zu sagen, du hast mich nichts zu fragen. Du lieber so, als ob ich gar nicht da bin. Und das Gute ist, mittlerweile gibt es ja auch viel mehr WCs wie früher. Und an den Festivals kann man modisch endlich mal etwas wagen. Und das Coole ist ja, man lernt so schnell so viele neue, coole Leute kennen. Wie ihn oder sie zwei. Vielleicht sogar den Mann fürs Leben. Aber trotz allem, und das gilt für immer und ewig, bleiben hier oben. Er ist einfach etwas vom Besten auf der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal.